Ich, ähm, mich beim letzten Part nicht verabschiedet hab. Da scheint die Mutter von Sibyl zu sein. Sibyl, Liebling, Sibyl? Wo bist du? Da liegt sie. Ah, S-Sibyl! Da geht jemand weg. Das war sicherlich der Mörder. Jetzt lass mich durch. Hat die schon vertraut, lange bevor wir wussten. Ja, ich weiß es. Jetzt geh weg. Jetzt geht doch mal weg. Ist das lustig zu sagen? Menschen können unbeschreiblich schöne Dinge schaffen. Genauso gut können sie aber die ungeheulichsten Taten begehen. Ach, muss ich wahrscheinlich erst rausgehen. Jetzt sagt nicht das gleiche. Den Text kennen wir schon. Ich muss Maya etwas fragen. Aber sie schläft schon. Ich halte sie für ein Morgenmuffel. Deshalb warte ich lieber. Warum war sie so lange auf... Warum war sie nur so lange auf letzte Nacht? Warte, wir können das herausfinden. Warum habe ich das vergessen? Alondra, willst du in ihren Traum eindringen? Wir sollten endlich klären, ob sie Freund oder Feind ist. Sibyls Genick wurde wie ein Streichholz gebrochen. Ich will nicht glauben, dass einer von uns aus nur etwas Schleusliches tun könnte. Die Dunkelheit versucht, sich innerhalb des Lichtes zu verstecken. So ist es seit dem Anfang aller Zielen. So etwas hatte ich befürchtet. Oh, Alondra, danke, dass du ihr Freund bist. Ich warte auf dich in Mybas Haus. Was steht hier? Sibyl, mögen alle deine Träume schön sein. Mein Gott. Da werde ich richtig traurig auch noch dabei. So, bevor wir ihn fragen, muss ich noch mal kurz gucken, wie das mit der Zeit aussieht. Bis gleich. So, jetzt gucken wir mal. Ich werde Myra ablenken, damit du in Mayas Zimmer kommst und in ihrem Traum eindringen kannst. Beall dich, bevor ich die Nerven verliere, Alondra. Guten Morgen, Myra. Was willst du? Maya stäuft, komm später wieder. Myra, eigentlich wollte ich mit dir über Maya sprechen. Können wir uns irgendwo hin zurückziehen? Was? Wenn du etwas zu sagen hast, dann sag es jetzt und hier. Ich habe keine Zeit für Spieche. Nein, nicht hier. Ich verspreche, es dauert nicht lange, Myra. Außerdem würde ich dich nicht darum bitten, wenn es nicht wirklich sehr wichtig wäre. Bitte. Gut, gut. Ich komme mit dir. Aber du kannst... Aber was kannst du über Maya wissen, was ich nicht weiß? Schließlich wohne ich mit ihr zusammen und kümmere mich um sie. Nicht du. Na super. Tolles Ablängungsmanöver. Da ist ihr Traum. Ich meine, das ist natürlich sie. So, rein in ihr. Oh, ich bin in ihr drin. Sie als Kind? Wer bist du? Wer bist du? Sie beobachtet Nisha. Du siehst nett aus. Bist du hergekommen und wie zu spielen? Ich wette ja. Was wollen wir zuerst spielen? Hm, ich weiß. Fang! Okay, du musst. Kannst du mich fangen? Ah, kleines Fang-mich-Spülchen. Ah, da oben ist sie. Ah, hier finden wir noch einen Lebensdiamant in ihr. Ich frage mich, wenn ich jetzt einen Lebensdiamant abnehme, würde sie dann, wenn man sie spielen könnte, einen Energiepunkt verlieren? Wenn sie ein vollständiger spielbarer Charakter wäre? So. So. Bam! Dieses Geräusch sagt aus, hier gibt es mehrere Tore. Ich muss sie sozusagen fangen und danach wartet noch ein kleines Rätselchen auf mich. Das man bestehen muss. Wenn man das geschafft hat, dann offenbart sich ein Teil ihrer Vergangenheit. So. Jetzt mache ich Ihnen nochmal einen kurzen Safe-State. Das werde ich mit Zwiebel Spät überbrauchen. So. Hier erfährt man, was mit ihr passiert ist. Viele Leute, die beten die Melsa-State an. Mutter, Mutter, ich weiß, Vater starb bei einem schrecklichen Unfall. Du denkst, er starb, weil er nicht an die Götter glaubte. Das ist alles Unsinn. Okay. Gut. Wo bist du jetzt? Na, fang mich spiel. So. Na, wo ist sie? Ist sie da oben? Nein, da ist sie nicht. Vielleicht ist sie aber da oben. Das könnte sein. Ach, hierhin. Danke. So. Da ist sie. Ich frage mich, wie das aussieht. Geht sie einfach zu einem anderen, zu einem anderen Versteckten und dann zerbricht das? Oder geht sie hindurch? Na, man findet sie nämlich eigentlich auch nur. Bäm. Bäm, 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 bäm. Top. Bäm, bäm, bäm. Bäm, bäm. So. Mach ich das jetzt noch? Schaffe ich das noch? Der Part könnte etwas kleiner sein, aber ich lasse es lieber. Bis zum nächsten Part. See ya.